We wish you a Merry Chrysler. We wish you a Merry Chrysler. We wish you a Merry Christmas. And a Happy Christmas. Heute ist der 12. Dezember. Das nächste Türchen geht auf. Hier ein Witz für euch. Daniela ist schwanger und geht in eine Bäckerei und sagt, ich kriege kein Brot. Da sagt der Kassierer, boah krass, sowas gibt es.